Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Fußball-Podcasts. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen Zeit, denn mein heutiger Gesprächspartner hat erstens viel erlebt und kann sich, das weiß ich aus eigener Erfahrung, fast beängstigend detailgetreu an seine Karrierestationen erinnern. Also der Mann hat kurzum gesagt, wirklich was zu erzählen. Ich freue mich sehr, dass wir ihn für diese Aufzeichnung gewinnen konnten. Hallo Peter Packhult. Hallo. Servus. Danke für deine Zeit und danke für die Einladung hierher in ein wirklich sehr, sehr feines Ambiente. Wo sind wir da genau? Wir sind hier in Leomdorf, auch wo ich hier wohne. Wir sind da vor elf Jahren in der Aussetzung. Eben, weil es wohnen ja, alle beide Schwager wohnen ja da und wir sind da früher immer, wir haben einfach zu Besuch herausgefahren und irgendwann sind wir halt dann so auf die Idee gekommen, meine Frau war zwar am Anfang nicht begeistert, aber Jahre später, wie wir dann Wiener einmal hier draußen waren besuchen, ist uns das da ein bisschen schmackhaft gemacht worden und dann hat sich was ergeben und da haben wir zugeschlagen und wir sind happy, dass wir jetzt da draußen wohnen, obwohl, dass ich natürlich mein Fluritzdorf, mein Jedler See vermisse. Das kann ich mir schon vorstellen. Wie oft trifft man den als harten Hund verschrierenen Peter Packhult da? Inzwischen, wir zeichnen ja hier Anfang Herbst auf, doch einigermaßen kühlen See wieder? Nicht so oft, komischerweise, weil wir beim Haus, das ist selber damals vor allem viel Unverständnis von gewissen Leuten hier rundherum, die was gesagt haben, der lasst sich da einen Pool reinbauen, wir sind ja mitten am See, wie geht denn das? Und wir haben aber damals schon gesagt, wir wollen das machen mit dem Pool und dadurch sind wir nicht so oft herunter, aber wir gehen schon immer wieder runter, weil ein bisschen paddlboarden, das macht uns riesen Spaß da und ist auch mit den Leuten, wir haben ja doch auch gute und nette Bekannte rundherum, mit denen wir sind. Und natürlich mit den zwei Schwagern, da kommt man natürlich immer gerne runter und auf einen Tratscherl. Nur, dass das auch geklärt ist, wo wir hier überhaupt sind. Das Schlagwort Fluritzdorf ist schon gefallen, das muss natürlich fallen, wenn es gerade um den Beginn der Karriere, nämlich der Kickerkarriere des Peter Packhult geht. In Fluritzdorf beim FHC, beziehungsweise eigentlich im Käfig, hast du das Kicken gelernt? Kann man das heruntergebrochen so formulieren? Man kann es in drei Etaupen geben. Gelernt im Hof, weil damals war das einfach noch bei uns in der Ant- und Störgassen. Wir waren einfach sehr viele Buben, wobei der Alte das Unterschied natürlich immer sehr groß war. Im Hof eigentlich, dort haben wir die Grundschule, sag ich mal so. Und dann ist es angegangen mit der Donauwiesen, die heutige Donauinsel. Man muss sich das vorstellen, das war früher Überschwemmungsgebiet, reines Überschwemmungsgebiet. Da haben wir auch schöne Erlebnisse als Kind miterlebt. Das war dann der zweite Schritt. Und der dritte Schritt war dann, da wo der Rosa-Weber-Hof ist, das ist der alte Kolumbia-Platz. Also ich kenne den Kolumbia, ich kenne den alten Kolumbia-Platz noch. Diese Narbe, was ich da habe, habe ich mir damals zugezogen, wie gebaut worden ist. Und da bin ich von so einem Gerüst bin ich runtergefallen, Käpfler voran. Und dadurch kenne ich noch diesen alten Kolumbia-Platz. Und da steht jetzt der Rosa-Weber-Hof. Und da drinnen wurde ein Käfig gebaut, mit Rasen und alles. Und das war für uns damals ein Erlebnis, weil der sehr lange gesperrt war. Wir durften nicht rein, weil noch nicht alles fertig war. Bis wir dann endlich die Lösung gefunden haben, einfach das Gitter unten aufgemacht. Und alles reingegreht. Das Schlitzoar Peter Parkholt hat sich schon sehr früh zu entwickeln begonnen. Damals haben die Kinder schon Ideen gehabt, was man machen kann. Dann haben wir sich natürlich gefreut, auf den Rasen da zum Kicken. Das war es dann mit den Jahren ein reiner Sandplatz geworden. Heute ist es leider ein Betonplatz und auch mehr zu wie offen. Zu unserer Zeit war natürlich dieser Käfig Tag und Nacht besetzt. Und in das Leben des ganz jungen Peter Parkholt ist dann relativ bald einmal ein um fünf Jahre jüngerer Mann getreten, der dann auch schon ein bisschen rot-weiß-rote Fußballgeschichte mitschreiben sollte und der auch als nicht der allerschlechteste Stürmer in die Geschichte eingegangen ist. Peter Parkholt weiß natürlich längst, wovon ich spreche oder von wem ich spreche. Andi Ogris, der war so dein Buddy im Käfig, kann man das so sagen? Oder zumindest dein Kick-Buddy? Nein, nicht ganz richtig. Andi Ogris, man muss es wieder verstehen, Floridsdorf besteht aus sieben Bezirken. Jedler See, Strebersdorf, Donnerfeld und so weiter. Und der Andi kommt aus Strebersdorf und ich komme aus Jedler See. Und das waren damals schon Rivalitäten aufgrund der Schule. Es hat damals, heute nennt man das Schülerliga, damals ist es intern ausgespielt worden. Der Floridsdorf, ein Meister. Und das gespielt gegen die Roder-Rodergassen im Strebersdorf, Kinzerplatz, Leopold Dauer, Großverziedling und so weiter. Und der Andi ist ja ein bisschen jünger wie, der Andi ist ja glaube ich um fünf Jahre jünger wie, fällt eher in die Kategorie zu meinen Brüdern. Aber trotzdem war damals der Altersunterschied eigentlich wurscht. Du hast mit den Großen genauso, die Großen und die Kleinen mitgenommen. Und das war das Wichtige, dass du auch mit den Großen mitspielen hast dürfen oder mit den Eltern. Und da ist es damals schon gekommen zu dieser, wir haben das immer genannt, die Hofduelle. Und da ist es einfach schon um die Ehre gegangen. Da ist schon richtig gefeiert worden. Wenn ich nur denke, mein Schwager da, der hat wieder gewohnt. Und auf der Prager Straße durften bei denen, das war eine richtig gute, richtig gute Mannschaft. Die waren aber natürlich um einige Jahre Eltern. Die waren wirklich sehr gute Fußballer. Der Großteil bei Donner, das ist ja das Komischere. Das war trotzdem, wenn wir auf der Prager Straße gehören, dass die zu der Donnerfeld gegangen sind. Und nicht eben zu Kolumbia oder der FAC, wo es eigentlich näher war. Und da hat sich das schon ergeben, da haben wir sich kennengelernt, Andi, auch der Ernst Ogres und auch der Christian Forster. Das ist der nächste Bruder von Andi, der hat mich dann bei der FAC gespielt. Und in diese Hofduelle und auch in diese Schulduelle hat sich schon eine gewisse freundschaftliche Rivalität entwickelt. Aber trotzdem freudig mich, dass ich mit Andi bis heute, auch wenn wir nicht so, man sagt immer, gute Freunde haben regelmäßig Kontakt. Wir hören sie eh hin und wieder oder hin und wieder ist übertrieben, aber einmal in der Woche oder was. Aber es ist nicht so, und das macht uns beide eigentlich so glücklich, dass du auch nicht jeden Tag miteinander kommunizierst oder jeden zweiten. Aber dann merkst du einfach, es ist eine richtig super Freundschaft zwischen Familie Ogres und der Familie Barcult oder Barcult, so wie sie mir früher gesagt haben. Und die haltet bis heute an und hoffentlich noch sehr lange. Also Sie merken schon, der gute Mann hat wirklich ein auf hohem Niveau ratterndes Langzeitgedächtnis. Wir sind noch nicht einmal in der Profikarriere des Peter Barcult angekommen und er weiß jetzt schon unendlich viele Geschichten zu erzählen. Deswegen müssen wir schauen, dass wir ein paar Stationen weitergehen. Zum Beispiel zum FAC, der in deiner Entwicklung wie wichtig war, auch als Sprungbrett hin zum Wiener Sportclub? Sehr wichtig, weil es einfach der erste Verein war. Es war ja das Komische, alle von unserem Hof, von der Anton Störgossen, die sind alle gegangen zu Kolumbia. Und ich war eigentlich der Einzige, der was auf einmal ausgebrochen ist zum FAC. Hat auch diesen Grund gehabt, dass ich in der Volksschule schon nach zwei Jahren die Klasse wechseln habe müssen, weil ich so beliebt bei der Lehrerin war und so nett zu ihr war. Sehr charmant formuliert. Und dadurch bin ich in eine Klasse gekommen, wo es den Norbert Trapeller gegeben hat. Norbert Trapeller habe ich aber schon gekannt, eben von unserer Hofduelle, wo es zu der Edler Sehrstraßen, Foltergossen wieder gehört hat. Und denn sein Vater war FAC-Trainer. Liebe Grüße, Herr Trapeller. Er lebt heute noch. Ich freue mich, dass er noch lebt. So viel Zeit muss sein. Der Herr Stecher auch noch. Und bin dann zur FAC gegangen. Erste Training. Ich kann mich noch auf mein erstes Training erinnern. Kurze Hosen, ein weißes Hemd habe ich auch gehabt. Und normale Schuhe. Ich habe keine Fußballschuhe gehabt. Und so habe ich mich halt auch hingestürzt beim Training. Und bin aber trotzdem aufgenommen worden. Und ja, und habe dann natürlich alle Nachwuchsmannschaften mitgemacht. Der Herr Trapeller war wichtig, der wichtige erste Trainer. Dann ist der Herr Stecher gekommen. Der Schülertrainer war. Wo ich dann schon auf der Kippe war, weil ich ein paar mich nicht gespielt habe. Ich will aufhören und so weiter. Aber der FAC war dieser Sprung, weil ich habe dann alles weiter durchgemacht. Und dann war eben dieser Sprung von der Reserve in die erste. Ich bin immer so hin und her gependelt. Und ich war zu diesem Zeitpunkt noch immer relativ klein. Ich bin erst beim Bundesheer, also 1978, 1979. Und laut Andi Ogris auch sehr schmal und sehr tief. Sehr schmal und auch klein. Ich bin erst dann 1978, 1979 gewachsen. Und dadurch hat man mich noch nicht so ernst genommen. Und dann war dieses erste Pflichtspiel in der ersten Mannschaft für den FAC. Ich bin zum Zuge gekommen, weil der Michael Schuckert, mit dem, was ich alle Nachwuchsmannschaften mitgemacht habe, zwar auch aus Strebersdorf, aber mit denen ich alle Mannschaften mitgemacht habe, ja eigentlich beim Herrn Sol, ehemaliger Sportklubspieler, lebt auch heute noch, was ich weiß, auch liebe Grüße, der sich dann aufgrund dessen entschieden hat, dass der Michi am Donnerstag nicht zum Training hat kommen können, weil er da am Kageranerplatz in einem Sportgeschäft gearbeitet hat. Und ich war immer beim Training. Ich habe sogar Buch dann von ihm mitgekriegt, als trainingsfleißigster Spieler. Und habe dann gegen Wienerberg mein erstes Pflichtspiel gemacht. Wir waren damals, glaube ich, so ein bisschen im Abstiegskampf und haben dieses Spiel 20 gewonnen. Ich habe damals aber im Mittelfeld zugespielt, gegen ehemalige Rapidspieler. Paul Pavlik zum Beispiel hat bei denen gespielt und noch zwei, drei Spieler. Und das war eigentlich dann der Beginn bei FAC für meine Kampfmannschaft. Das ist dann weitergegangen, bis dann in der Saison 8081 ein neuer Trainer gekommen ist, der Otto Walzhofer, Wiener-Legende. Und der mich eigentlich, man hat unter ihm einfach gemerkt, das ist schon ein anderes Training. Es gab auf einmal ein Samstag-Training, war am Sonntag gespielt, weil wir am meisten Sonntag-Vormittag gespielt haben, war immer der schönste Termin. Und auf einmal hat der eingebaut, Samstag 10 Uhr, so Bewegungstherapie, nicht Training. Da hat es damals schon Kämpfe gegeben, weil die was verheiratet haben. Ich muss mit meiner Frau einkaufen gehen. Wenn du das heute sagst, lacht dir jeder aus. Aber damals war das auch mal so. Und dadurch ist das so gekommen und ich habe dann eine riesen Herbstsaison gespielt. Ich habe in 13 Spielen 17 Tore gemacht und dadurch sind alle Wiener Vereine auf mich aufmerksam geworden. Auch der Sportclub zum Beispiel, wenn wir gleich die Kurve elegant kriegen. Ja, im Dezember 80 noch und ich wurde zu einem Gespräch eingeladen, zum Karl Schlechter. Die haben mich in der Halle trainiert, Vorbereitung auf die Wiener Stadthalle. Und ich habe meinen Chef damals gefragt, den Herrn Dienst, das ist der Bruder von Robert Dienst, gefragt, ob ich kurz die Tour unterbrechen kann, weil ich war ja noch ein eleganter Brieftrager. Ich treffe den Herrn Schlechter wegen einem Gespräch und er hat gesagt, okay, aber dann gehe ich auf die Tour. Ich weiß nicht, ob er das heute machen darf. Und bin dann zu dem Gespräch und ich weiß, es war ein nettes Gespräch. Meine Frage an den Herrn Schlechter war, holen Sie mich für die erste Mannschaft oder für die U23? Und er hat sich gesagt, wenn du einen gewissen Spieler, wie es den Namen gibt, haben wir auch so. Gerne. Es war der Pepe Larionovs aus Salzburger, der damals links außen gespielt hat, und er hat gesagt, wenn du den nicht verdrängst, dann hast du eh nicht die Qualität. Oder so, wenn du den nicht verdrängst, dann hast du eh in der ersten Liga nichts zum Sorgen. Und natürlich geht das nur mit der Unterstützung von Trainern. Wir sind dann ins Trainingslager nach Bordeaux geflogen. Für mich war ja das, ich bin da gekleidet gekommen, ein Anzug, ich habe mir gedacht, der Papa hat mir gesagt, ich muss dann schön gekleidet sein. Dabei sind die Spieler auch irgendwie gekommen. Ich war dann in Bordeaux, ich habe mir dann gegen Chiron und S. Bordeaux gespielt, das erste Spiel. Die Gnade, Mario Stressor, das war die Mannschaft, die er 1998 damals so für euphorie gesorgt hat, in Frankreich, diese Mannschaft. Didi Six, Lacombe, der Stürmer. Und ich wurde die zweite Halbzeit eingewechselt. Für mich ist es ja, ich weiß nicht, ob ich überhaupt den Ball berührt habe. Und durch das, dass wir verloren haben, hoch, haben wir noch ein zweites Spiel gegen die gemacht. Und auf einmal beim zweiten Spiel, Spiel von Anfang an. Und dann ist die ganze Vorbereitung auch immer gewesen. Ich habe immer gespielt und dann gibt es auch dieses Spiel da gegen Leobendorf. In der Vorbereitung, wo wir hochgewonnen haben, leider ein sehr, sehr guter Freund her, Walter Göttinger, der, der leider voriges Jahr gestorben ist, hat bei diesem Spiel mitgespielt. Und ich habe immer wieder gehäkelt mit dem, der sich gesagt hat, wir haben 14-0 gewonnen und ich habe elf Tore gemacht. Man glaubt es heute noch immer noch, das stimmt wirklich. Ich habe damals wirklich elf Tore gemacht, soweit ich mich nicht mehr erinnern kann. Und das war so irgendwie das Signal viel weiter. Und Karl Schlechter hat mich einfach immer forciert, forciert, auch wenn ich nicht unbedingt glaube ich vielleicht. Am Anfang, erstligertaglich war ich, aber ich habe doch in der Halbsaison sechs Tore gemacht, überraschend. Und am nächsten drauf gleich 16, wenn es so war. Ja, es war halt, dass du als jung, aus Flüritzdorf, ich habe dann auch gemerkt, hoppala, es wird in Flüritzdorf über mich geredet, was natürlich schön war. Aber ich war noch immer der Brieftrager. Ich bin ja dann weiterhin bis im Sommer 1984, bis zum Wechsel zu Rapid, war ich weiter der Brieftrager. Ich bin weiter, habe mich in meinen Dienst gemacht, habe dann bei Sport, glaube ich, einen Step nach dem nächsten gemacht, wirklich auch mich weiterentwickelt vom UR-Nationalspieler zum A-Nationalspieler. Das ging ja schnell, ich glaube 1982 schon das Teamdebüt. Nach der WM 1982 war ein bisschen ein Umbruch, Hans Kranckl hat aufgekehrt und so weiter. Und dadurch bin ich in den Kader gerutscht gegen Nordirland. Und war für mich natürlich, ich war riesig stolz, weil mir ist in diesem Augenblick eingefallen, was damals eine Volksschullehrerin, eben wo ich in der dritten Klasse war, die Frau Bühringer, die hat einmal in der Schule gesagt, ich werde sehen, im Beta werden wir irgendwann einmal im Fernsehen sehen. Und das hat sich dann bewahrheitet und war natürlich ein Sprung von der FAC, den ich sehr viel verdanken kann und auch darf. Auch wenn mich einige Leute dort, punkto Vertrag mit Sportclub, hintergangen haben, weil es sind dann ganz andere Zahlen gewesen, was ich wirklich verdient habe, aber ich war trotzdem stolz. Da ist es auch nicht ums Geld gegangen, ich habe gar nicht gewusst, wie was waren. Und mein Vater hat sich dann im Nachhinein geärgert, aber das war der Sprung für die weitere Karriere. Und die hat sie dann wirklich in sich gehabt, jetzt freue ich mich, dass ich auch wieder einmal zu Wort komme, dass ich sehr einfühlsam von dir, damit ich nicht völlig unnötig da sitze. Ja, du hast ja nur fünf Fragen. Das stimmt allerdings. Nein, du wirst schauen, was ich da alles vorbereitet habe. Ich werde dich journalistisch in die Mangel nehmen, da kannst du dich ja gefasst machen drauf. Also, wir switchen, wenn es recht ist, in das Jahr 1984. Und der Legende zufolge hat es genau in diesem Jahr eine Spielerversammlung beim Sportclub gegeben. Und der damalige Trainer Rudi Flögl hat dort zur Verwunderung von Peter Pakkult angeblich verkündet, dass Peter Pakkult zu Rapid wechselt. War das tatsächlich so? Das war beim Training. Wir haben das erste Training gehabt. Ich glaube, das sogar vor Montag war. Und ich komme ganz einmal und setze mich in die Kabine. Wir gingen laufen. Ich glaube, dass es sogar nach dem Training erst war. Und dann sagt Rudi Flögl, ja und wir verabschieden ihn Peter. Der ist ab morgen bei Rapid. Und die sieht so, ich denke, um was geht es da? Heute würde man sagen, versteckte Kamera. Und dann holt er mich auf die Seite und sagt, ich soll Herrn Holzburg anrufen. Damals hat er noch kein Handy gegeben, dass du mir ein Münzelefon müssen. Das war dann ein Tauschgeschäft mit Keglerwitz, glaube ich. Das war dann im Endeffekt, war von denen schon alles geklärt. Also von Vereinzeiten und alles war alles schon, Punkt der Spieler, der Tausch, Geldmässig. Aber ich musste ihn in Herrn Holzburg anrufen. Dann habe ich ihn in Herrn Holzburg anrufen. Dann habe ich mich, glaube ich, sogar noch am selben Abend mit Otto Paritsch in den Neustift getroffen, weil der WG da hinten war. Dann habe ich mich mit Otto Paritsch getroffen. Der hat mir alles erklärt. Und ich habe mir gesagt, ich bleibe schon noch Präuftrager. Dann habe ich mir gesagt, du musst aufhören. Ich habe das noch nicht so richtig... Dass es jetzt ernst wird, sozusagen. Und ja, und auf einmal, nach dem Gespräch in Holzburg, Herrn Paritsch, ist das dann so gewesen, gut, die Vereine haben sich geeinigt. Und ich bin dann auf einmal beim Training erschienen, Dienstagnachmittag, kann ich mich erinnern. Weil ich war ja noch einmal vorgestellt. Und das war das Lustige mit dem Hans Krankel, das Schöne. Wir haben beim letzten Spiel gegeneinander zu einem Wortgefecht gekommen. Zwischen er und mir. Also Sportklub gegen Rapid. Sportklub gegen Rapid. Und ich war ja nicht... Ich habe mir ja im Prinzip ja nichts gefallen lassen. Und ich habe den Hans ein bisschen geschimpft auch so. War aber nett. Und er hat mich aber auch gleich super aufgenommen, muss ich wirklich sagen. Und ganz geil, ich bin auch dann neben ihm gesessen in der Kabine. Und so bin ich auf einmal dann bei Rapid gelandet. Und dort hast du es eben, wie schon erwähnt, mit Otto Baritsch zu tun bekommen. Der war ja der Architekt dieses sehr erfolgreichen Projekts Rapid in den 80ern. Den hat was ausgezeichnet als Trainer, ganz grundsätzlich. Kannst du ihn eigentlich parodieren? Es gibt ja viele seiner ehemaligen Spieler, die ihn hervorragend parodieren können. Der Hans Größ hat den immer super parodieren können. Und der Konrad kann ihm auch ganz gut nachmachen. Aber der Hans Größ, da haben wir müssen immer aufpassen, wenn der Hans Größ das gemacht hat. Ob es wirklich auch der Baritsch ist oder ob es halt der Hans ist. Aber was mich an Otto Baritsch so faszinierter war, er war ein richtiger Motivationskünstler. Ich sage jetzt, vom Training jetzt abgesehen, wir haben jetzt letztes Mal, als ich mit ein paar Reppits spiele, wie mit Gary Wilfurt zum Beispiel und Funke Fahrer, Kurt Gager, haben wir sich als letztes Mal unterhalten. Ich glaube, am Sonntag im Stadion. Punkt der Training. Wie haben wir das heute das Training nennt? Wir haben ja nur ein Match gemacht. Die Übungen, die er gemacht hat, die waren nach 10 Minuten nicht mehr unterbrochen. Dafür haben seine Zeichnungen an den Tafeln aber sehr kompliziert ausgeschaut. Nein, es gibt diese berühmte Tafel von Celtic Glasgow, wo er Celtic Glasgow analysiert hat. Da sind die Striche, da hat keiner mehr gewusst, welcher Strich zu welchen gehört. Aber er hat damals das schon gekannt, eine Mannschaft zum Charakterisieren und eine Mannschaft zum analysieren. Und auch das, was er auch können hat, war, er hat jeden Spieler stark reden können. Auch wenn er da nicht gespielt hat, da gibt es ja Episoden. Jetzt am Sonntag haben wir wieder über diese Episode geredet, wenn er zu einem Spieler hingegangen ist. Und die ganze Woche haben gestreichelt und gesagt, ich brauche dich. Und am Samstag bist du auf der Bank gesessen. Du hast ja eine Woche bist heiß gewesen und am Samstag bei der Aufstellung warst du auf einmal nicht dabei. Oder warst du am 12. Das hat er aber irrsinnig gut gekannt. Ich weiß, vor dem Europacup-Spiel gegen Dinamo in Moskau war ich krank, habe ich hohes Fieber gehabt. Halbfinale dann. Ja, und er hat meine Frau angerufen und der Peter Murs spielen am Mittwoch. Und ich bin am Dienstag als halber der Leich zum Training gekommen. Nein, du spielst. Ich habe dann am Mittwoch gespielt. Sag mal, ich war dabei. Das einzige Gescheite, was ich gemacht habe, war bei den Schuss von Peter Ristich wenigstens instinktiv. Ich habe gewusst, was kommt, als er schießt und springe über den Ball. Die schönste Gurken, die du je kassiert hast. So ist es. Da bin ich hoch auch noch gesprungen. Aber er hat dich so stark geredet, dass du einfach motivationsmäßig reingegangen bist. Aber du hast auch gewusst, wie sagen die Indianer, er spricht mit gespaltener Zunge. Den hat er gut geredet und den hat er auch gut geredet, aber gemeint hat er ganz was anderes. Aber trotzdem war er natürlich auch ein großer Wegbereiter von mir. Also was ähnliches hat auch Andi Herzog einmal erzählt, der ja auch schon einmal Hauptdarsteller bei unserer Podcast-Serie war. Der hat gesagt, Otto Baritsch hat mit ihm einmal ein Einzelgespräch geführt und gesagt, du bist der Beste von den Jungen alle, die ich habe. Also keiner ist so gut wie du. Und er hat gesagt, er ist dann mit stolz geschwellter Brust Richtung Kabine gegangen und hat dann gehört, wie der Baritsch beim Wurz steht und dem Wurz genau das Gleiche erzählt. Ich wollte den Namen nicht sagen, aber du bist nicht gut informiert. Dass er dem Schöttler auch das Gleiche gesagt hat. Also in Weinhofer-Rude hat er genau das selber gesagt, bis er draufgekommen ist. Wenn er von den Spielern weggegangen ist, den nächsten Jungen hat er den ist so im Weber-Franzi und so weiter. Also Otto Baritsch, aber irgendwas muss er richtig gemacht haben. Erstens, weil er natürlich sehr viele Erfolge gehabt hat. Und zweitens, weil es wahrscheinlich auch eine pädagogische und vielleicht sogar psychologische Meisterleistung war, die Rapid-Mannschaft der 80er Jahre zu bändigen. Ich mag es jetzt einmal provokant formulieren. Denn dort waren ja schon echte starke Typen vertreten, eigentlich ausschließlich. Angefangen von Weber über Krankel sowieso, Parkholt, Krancher, Panenker. Das waren ja dann alles keine Waisenknaben, sagen wir es einmal so. Es gibt ein Foto von der Saison 84, 85 von der Ersatzbank, wo fünf Rapid-Spieler, fünf Rapid-Spieler, Nationalspieler auf der Bank sitzen. Damals waren ja nur 16, aber diese fünf waren alles im Prinzip im Laufe Nationalspieler oder waren es Nationalspieler, aber diese fünf Leute, das war ein schönes Foto. Und wenn man dann denkt, was noch am Platz gestanden ist. Diese 80er Jahre, muss man schon sagen, haben beide Großklubs wirklich sehr stark gekadert. Ich glaube, neun von zehn möglichen Meistertiteln sind entweder an Rapid oder an die Austria gegangen. Wobei, wenn ich da jetzt gleich ein bisschen investigativ-journalistisch nachbohren darf, Peter Parkholt mit Rapid keinen Meistertitel feiern konnte. Warum das eigentlich? Wir waren in der Saison 84, 85 knapp dran und ich kann mich noch an das Spiel erinnern im Spital an der Trau. Und da haben etliche Spiele, Hans hat nicht gespielt, also ich weiß nur, dass wir da mit großen Verletzungsproblemen hingefahren sind und verlieren dieses Spiel 1-0. Da sind immer diese Highlights dann, wenn du auswärts spielst und das Stadion ist voll und ins Spital fährt damals. Und wir verlieren 1-0 und der Heri Wevers sagt nach dem Spiel, das war der Meistertitel. Es war zwar eigentlich überraschend, wieso das so gekommen ist, weil es war eigentlich noch genug Zeit. Aber irgendwie hat der Heri da was gespielt und es war dann eine Saison, wo wir dann im Frühjahr eben diese super Europacup-Saison gehabt haben und haben aber in der Meisterschaft dann Punkte liegen lassen. Ich weiß auch, dass man, ich weiß jetzt nicht, ob es nach dem Dresdenspiel war, dass danach dann ein Heisenstadt oder Klagengefurt, ich glaube, eher Heisenstadt war und dann noch unentschieden gespielt hat. Die Europacup-Erfolge haben das nicht widerspiegelt in der Meisterschaft und dadurch ist dann die Austria auch Meister geworden. Aber in diesem Jahr haben wir auch das Pokalfinale gegeneinander gehabt und das haben wir dann im Elfmeterschießen gewonnen. Wobei ich auch immer sage, ein entscheidender Elfmeter war bei der Situation zu 5-4. Ja, weil er den der Bakhult verwandelt hat. Müssen, ja, weil wir müssen verwandeln. Stimmt, weil die Austria alle 5 verwandelt hat. Also Bakhult musste treffen, hat dann auch getroffen. Aber Peter Bakhult hat auch eine bisschen tragische Hauptrolle im Cup-Finale eine Saison davor gespielt. Auch da ging es gegen die Austria, auch da sehr dramatisch zur Sache. Wie gut bist du bezogen auf dieses eine Spiel, auf Herbert Prohaska zu sprechen? Ja, Herbert Prohaska bin ich noch immer gut zu sprechen. Auf dem Schiedsrichter bin ich heute noch böse. So kann man es auch formulieren. Also die Geschichte musst du erklären. Das war ja in der letzten Minuten. Das ist 3-3, glaube ich, gestanden. 3-3 ist in der letzten Minute. Wir haben einen super Konterangriff und ich renne ungefähr so 40 Meter weg von dort von Rapid auf die Westribüne zu, ganz alleine. Keine Gefahr. Ich war schon im Strafraum, setzte schon an zum Plattln, weil ich eigentlich schon geschaut habe, wo der Thomas steht. Und kriege von hinten auf einmal einen Stösser, mich zerkugelt und der Schiedsrichter lässt weiter spielen. Aber die Frage, die sich dahinter verbirgt, wahrscheinlich eher die ist, was der Prohaska im eigenen 16er macht. Ja, das war ja das Komische auch noch, dass er mir hinterherkriegt, wo ein Obermaier und so weiter. Auf jeden Fall, wenn man sich diese Szene, Gott sei Dank gibt es diese Szene jetzt eh schon auf YouTube, weil schon langsam wird auch von der Vergangenheit gekippt schon. Und da sieht man eigentlich, der Herbert ist so, der hat mich so weh, also allein, er hat mich nur mehr so erreichen können. Und der gibt den Elfmeter nicht. Wir kommen in die Verlängerung und verlieren in der Verlängerung dieses Pokalspiel. Also heute noch immer für mich, auch wenn es jetzt Jahrzehnte eher ist, aber das sind schon Momente, die, was dich dann wirklich einholen und was dich dann eigentlich wirklich noch immer ärgerst, dass das so entschieden worden ist. Wobei Peter Pakholt sich ja auch mehrmals zum absoluten Helden von Rapid gemausert hat. Zum Beispiel, du weißt, was jetzt kommt, in der glorreichen Europacup-Saison 84-85 Peter Pakholt unterhält von Manchester gegen Celtic Glasgow. Über dieses Spiel werden wir natürlich gleich sprechen, wenn gleich, und darauf will ich jetzt eigentlich zu sprechen kommen, Peter Pakholt sagt, das schönere Tor habe ich eigentlich im Hinspiel erzielt. Wie war das? Absolut, das schönere Tor ist bis heute noch immer, wie wenn ich es jetzt gestern gemacht hätte. Ich kriege so zehn Meter. Pakholt auf Maradona's Spuren. Ja, also ich habe es auch immer so leicht tituliert, weil man kennt ja von Diego Maradona zwei Tore. Einmal gegen England so und einmal gegen Belgien, wo er da vier Leute überspielt und 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 und. Bei mir war das die selbe Situation, ich bekomme so 35 Meter, 40 Meter vorne da auf der halbrechten Position den Ball und laufe auf den Gegenspieler in sich schon, hat man auch die Machen so zu und laufe mit ein Haken, zwei Haken, Dritte, bei denen so vorbei. Relativ spielerisch, also sieht man auch auf YouTube, muss man dazu sagen. So viel Eigenwerbung darf schon sein. Und das war es halt dann ein bisschen, wenn man dann ehrlich genug ist, der Schuss war halt nicht so gedacht, wo er dort hingegangen ist, aber es dauert sich. Weil ich bin mit dem rechten Fuß gekommen und komme mit einem langen Schriert und triffe den aber richtig voll mit dem Rüst und der geht um ins kurze Eck in der Höhe von Dormauer vorbei. Aber von der Entstehung her absolut viel schwieriger als wie das Auswärtstor dann in Manchester und auch, weil es mit dem rechten Fuß ist und weil es damals auch, so wie beim anderen Spiel, es 1-0 war und wir lange angegrenzt sind. Aber von der Entstehung her für mich sicher einer der schönsten Tore, was ich gemacht habe. Aber unsterblich gemacht hat sich Peter Pakul dann mit dem entscheidenden Siegtor in Manchester. Die Vorgeschichte kennen Sie, das Skandalspiel wurde abgebrochen und dann als Wiederholungspiel in Manchester ausgetragen. Es wurde strafverifiziert. Wir haben ganz normal zu Ende spielen können, aber nur aufgrund dieser schweren Verletzung von Rudi Weinhofer, was wir ja wissen, konnten wir nur mehr zu 10 weiterspielen und dadurch konnten wir nicht mehr wechseln, weil es schon dreimal getauscht war. Das Spiel ist zu Ende gegangen mit einem 3-0-Sieg für Celtic, aber in der ersten Verhandlung ist das Ergebnis geblieben. Erst in der Berufung ist es dann zu einem dritten Spiel gekommen. Genau, dieses dritte Spiel hat dann in Manchester stattgefunden. Und rund um dieses Spiel und auch um das Goldtor von Pakult hat es ja viele Anekdoten gegeben, die wir jetzt alle erzählen könnten. Ich mag mich auf eine stützen, die mit Hans Krankel zu tun hat. Der hat nämlich, nachdem du das Tor erzählt hast, in der Kabine dich fast ein bisschen zusammengestaucht, mag ich sagen. Warum? Ich war mir ganz sicher, also kurz zum Erzählen, ich laufe den Dorm aus, spiele mir den vorbei. Pass von Kranca, glaube ich, oder? Pass von Kranca. Ich laufe von eigenem 16er Wecker, weil der Ball von der Stange, mein eigentlicher Gegenspieler, Atkins, schießt auf die Stange. Ball kommt zum Brucic und in dem Moment, wo Brucic diesen Ball schon hat, drehe ich mich um und laufe schon Richtung Mittellauflag. Brucic kriegt den Ball und ich laufe. Brucic spielt den Kranca und ich laufe in der Mitte und Kranca spielt nur Steuereine. Kein Gegenspieler da und ich laufe den Tor mal zu, überspiele den Tor mal ein Blattler meine und freue mich. Ich komme in die Halbzeit rein und der Kranc läuft einmal, bist du Deppert? Der war so knapp. Und ich sage zu ihm, hast du einen Vogel, der war mitten ins Tor. Und haben mir dann später das Tor angeschaut und bin damals richtig erschrocken. Ganz erschrocken, wie ich sehe, wo der Ball eigentlich hingeht. Ich war fest der Meinung, der Ball ist genau in die Mitte vom Tor gegangen. Dabei ist der um Zentimeter neben der ersten Stange reingegangen. Das hat den Grund gehabt, wie ich den Ball vorbeigespielt habe beim Tor mal, habe ich aufgeschaut, wie es für einen Spieler halt gehört, den Ball geschaut und konzentriert auf den Ball und spiel. Und in dem Moment verspringt sich der Ball. Ich treffe ihn aber trotzdem noch korrekt. Aber der geht wirklich vielleicht zwei Zentimeter neben der Stange. Also für den auf der Bank wird es wahrscheinlich ganz hingewiesen sein. Das war schon unglaublich knapp. Es gibt natürlich noch wahnsinnig viel, was deine Rapid-Karriere angeht, zu erzählen. Aber ich muss dann wirklich schauen, dass wir noch weiterkommen, weil das war es ja noch lange nicht mit der Karriere des Peter Parkholt. Eine Rapid-Anekdote oder Facette hätte ich aber noch ganz gern besprochen mit dir. Nämlich dein Verhältnis zum Baric-Nachfolger Vlatko Markovic. Das war, glaube ich, nicht so das allerfriktionsfreiste. Und welche Rolle hat ein gewisser Halilovic in diesem Konstrukt gespielt? Die ersten Wochen waren okay. Ja, neuer Trainer, ein bisschen andere Orte gehabt, auch wie Otto Baric. Aber wir haben schon gemerkt, da redet was. Und er hat mich damals auch eingeteilt. Wir waren Trainingslager Fack am Seher. Und ich war zuständig für den Sulemann, für den Halilovic. War mein Zimmerpartner, weil da haben sie gesagt, da lernt er am schnellsten Deutsch. Ich weiß nicht zwar warum, weil er war nie im Zimmer, aber es wurscht. Sondern? Erzähl mehr. Ich habe mich sehr gut mit ihm in Sule verstanden. Aber es war halt auch so, ich habe die ganze Vorbereitung gespielt. Und habe auch die meisten Tore. Ich kann mich damals so erinnern, dass ich, glaube ich, 17 Tore, 17 oder 19 in der Vorbereitung auch gemacht habe. Gut, da waren kleine Gegner auch dabei. Und dann spielen wir das erste Meisterschaftsspiel. Und auf einmal stehe ich nicht in den Stamm ab. Also ich war so etwas, da haben mich richtig zusammengebracht. Ich war so enttäuscht, ich war so wütend, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, ich bin auch gar nicht eingewechselt worden. Ich weiß noch, dass am nächsten Tag Training war. Aber mitten. Damals hat es ja nicht so viele Co-Trainer gegeben, weil heutzutage machen das die Assistenten. Aber Training. Und dann haben wir so ein Sprint-Training und ich habe mich natürlich komplett abgelassen bei dem Training. Ich bin einfach nur so hin und her. Ich habe da nicht so einen Sprint geschrien. Das war dann das Wort, dass ich noch weniger, noch langsamer geworden bin und habe da einfach schlecht. Ich war einfach so enttäuscht, weil ich nicht gespielt habe. Und dann waren halt die nächsten Spiele auch so. Und ja, dann ist das eine Zeit lang so hergegangen und dann sind wir zu dem Camper-Turnier. Und vorher war das schon mit dem... Hoppala. Da habe ich jetzt leider etwas versprungen, glaube ich. Das Camper-Turnier war, glaube ich, nein, nein, das war erst nach der ersten Runde. Und wir fahren zum Camper-Turnier und ich werde gegen Barcelona eingewechselt. Wir haben das Spiel verloren und ich habe einen schönen Ausflug mit Hans Krankel gehabt. Da hat man erst einmal gesehen, was bedeutet, wenn ein Spieler, wenn ein Mensch populär ist. Ich bin mit Hans in so ein Einkaufszentrum reingegangen und dann habe ich gesagt, Hans, geh endlich geh, weil mit dir kommen wir nimmer mehr weiter. Ja, der war beliebt, der war bekannt. Der war unfassbar. Und auf einmal beim nächsten Spiel, ist es wurscht, auf einmal beim nächsten Spiel auf einmal ein Riesen-Zirkus, scheißt mich der Markovic zusammen, ich habe mich nicht eingesetzt oder weiß ich irgendwas, und ich bin nicht im Kader, oder? Und wir kommen nach Wien nach Hause und dann ist irgendetwas gegen mich gelaufen, das Verkaufen oder weiß ich was hergeben und der Poldi Keit, unser legendärer Radioreporter, hat am Abend, wo sie alle zusammengesessen sind, Markovic, Halsbach, bla bla bla, ja, ich habe mich eine Tonband mit drin lassen und hat alles aufgenommen gehabt, was mich betroffen gehabt hat, bla bla, und da ruft man dann an und sagt, du, wenn du Hilfe brauchst, da hast du das Tonbandl, und, und, und. Und ich bin dann natürlich zum Halsbach gegangen, weil das Theater war, weil er jetzt dann abgestritten, hat Markovic abgestritten, nein, hat er nie gesagt, und da ist er jetzt in der Zeit, nie gesagt, und bla bla bla, und dann haben wir halt das Tonbandl vorgespielt. Und dann war er natürlich überführt, war er überführt, war für mich dann in einer Weise halt gut, aber hat mich halt schon menschlich gestört einfach dieses Mal. Und auch die Situation, wie er dann auch in der Kabine mit Fischenspielern, und es war auch das, dass der Hans auch kein gutes Verhältnis gehabt hat, und das war dann schon ein springender Punkt, weil Brucic-Grancia gehören zum Hans-Grancl, und vor allem Bärer, vor allem der Bärer, und da hat man schon gemerkt, zwischen Hans und Markovic stimmt auch was nicht, und so ist das irgendwie ein bisschen da gespalten worden, diese gute Clique und alles, und was mich halt betroffen hat, ich bin weiter halt quasi nur Ersatzspieler gewesen, hab aber dann Rapid gegen Fram-Regler-Wig, Europa Cup, auch wieder geholfen, in dem Sinn ist gestanden 1-1, eingewechselt, 2-1 gemacht, 3-1 gemacht, und da wieder geholfen, ist Auswärtsspiel, das wichtige Auswärtstor gemacht, nach 1-0 Rückstand, hab ich gleich nach der Halbzeit den Ausgleich gemacht, zum 1-1, also es hat es spurtlich geklappt, aber es war irgendwas zerbrochen, und dann ist die Situation angekommen mit Hans-Grancl, der was im Winter dann auf einmal zum Wiener Sportklub wechselt, und auf einmal war ich auf einmal sein, das war quasi der Liebling, und man denkt, warte, da rennt irgendwas falsch, und da hab ich immer gesagt, typischer Yoga wieder, da hab ich mich wieder so gejagert und alles, ja, und da war auf einmal ich trotzdem aber derjenige, weil Hans-Grancl hat damals Gruppe Ultima als Sponsor gehabt, die Dress, und jetzt durfte ich auch mit dieser Dress weiterspielen, also war für mich generell natürlich auch eine Ehre, die Nummer 9 zu tragen, und auch der Nachfolger von Hans zu sein, und auf einmal war ich dann Stammspieler, und es war aber dann eine unbefriedigte Saison, glaube ich, für alle Beteiligten, wir sind im Europacup ausgeschieden, Sangen und Langlass gegen Dynamo Kiew, die dann später Europacup-Sieger geworden sind, 4-1 zu Hause, 5-1 auswärts, und, aber es war dann, es hat einfach, aus meiner Sicht für mich, zum Trainer, war kein gutes Verhältnis, und dadurch hat sich das, war das halt ein Arbeitsverhältnis.